Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Gammel Sonntag, der Videoreihe, wo wir sonntags einfach ein bisschen gammeln und Spiele spielen, für die wir unter der Woche keine Zeit haben. Heute spielen wir Brawlhalla. Brawlhalla ist ein Brawler, wie der Name schon sagt, und es erinnert sehr sehr stark an Super Smash Brothers von Nintendo, aber es ist kostenlos und es ist auf Steam. Das heißt, jeder von euch kann das rein theoretisch nach diesem Video ausprobieren, wenn er Lust dazu hat, wenn es euch gefällt. Wir haben Brawlhalla sehr gut und sehr geil gezockt im 24 Stunden Livestream letztes Jahr im Dezember und und es hat mir mega viel Fun gemacht. Ihr seht oben links, ich bin Level 5. Das ist nicht sehr weit, ich habe wirklich nicht wirklich Ahnung von dem Spiel, aber es macht mir einfach unendlich viel Spaß und es gibt hier verschiedene Helden quasi, die ihr auswählen könnt, um zu zocken und jeder Held hat zwei Waffen. Ihr seht es unten, ihr seht unten bei dem Held immer die Stats, hier das kleine Schwertchen und das Schild, also Verteidigung, Angriffskraft, Geschwindigkeit und so weiter. Und ihr seht die zwei Waffen, zum Beispiel hier bei Hattori sehen wir ein Schwert und ein Speer, bei Queen Nye sehen wir ein Speer und ich glaube, das sind zwei Faustwaffen. Dann haben wir hier Hammer und Speer und so weiter und so fort. Und hier ist ein neuer Held, Arzot, den habe ich noch gar nie gesehen, der ist jetzt neu hinzugekommen. Die Helden müsst ihr euch freispielen gegen Ingame-Währung oder ihr kauft euch auf Steam für 14,99 Euro so ein Pack. Da kriegt ihr alle Helden und auch alle zukünftigen Helden. Und da das Spiel Free-to-Play ist und ich schon so viel Spaß hatte, habe ich das einfach gemacht. Mein Lieblingsheld, muss ich ganz ehrlich sagen, ist hier Hattori. Sie ist auch schon Level 3. Ihr seht, man kann die Helden auch einzeln wieder leveln. Es gibt also viel zu tun an Spielspaß. Und jetzt muss ich... Ready for Battle. Ich habe noch nie einfach so ein Online-Game... Oh, fuck, da geht es schon los. What? Okay, nee, es geht auch noch nicht los. Ich habe noch nie einfach so ein Online-Game gemacht. Wir haben bisher eben nur im Livestream quasi geplante Matches gemacht. Okay, und wir haben keine Waffe. Also ich bin jetzt da rechts am Rand. Ihr seht mich da. Ich nehme hier die Bombe und schmeiße ich gleich mal hier auf irgendeinen Bengel. Wirf ihn auch erfolgreich runter, aber er kann quasi hier wieder hoch. Wow, wow, wow. Okay, wir holen uns den Speer. So. Wie war es die geile Attacke, die ich da immer durchgezogen habe? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach, genau, du warst... Oh! Wow, nein! Oh Gott, ich dämlack. Oh Gott, ich weiß gar nichts mehr. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich retten kann, wenn man runterfällt. Aber ich weiß gerade gar nichts mehr. Ach, da werft man die Waffe weg. Gut zu wissen. Haben wir das auch mal durchgezogen. So, das Schwert ist mir sowieso viel lieber. Jetzt fangen wir mal an, hier ein bisschen zu schnetzeln. Und die anderen Spieler, die gehen ja ja ab wie noch was. Komm, du verpiss dich mal hier. Da kommt sie zurück. Wir bashen sie nochmal weg. Nice. Dann haben wir sie geflasht, Alter. Dann kommt sie wieder hoch. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Schimmelpimmel da. Oh, fuck. Zack. Das finde ich das Geile, wenn wir uns da von oben runter... Oh, fuck. Oh, fuck. Von oben runter. Nein! Ich muss wieder hoch. Ich muss an Höhe gewinnen. Oh, fuck. Skala, da werft sie die Bombe auf mich. Drop it like it's hard. Ja, wie? Die Plattformen bewegen sich. Wie geil ist das denn? Komm, du kommst ja nicht mehr hoch. Oh, doch, da kommst du... Oh! Wieso ist denn hier keine Musik? Das wird es jetzt natürlich noch unendlich spannender machen. Aber nee, nee, nee. Brauchen wir wohl nicht, ne? Oh! Oh, jetzt wollte ich sie den 9. Oh, nein! Da kommt sie wieder hoch. Oh, fucking hell. Jetzt fliege ich wieder da oben durch die Gegend. Oh, shit. Da hat er gesehen, dass ich von oben runter komme. Und hat richtig gut gedodged. Oh, da war die Bombe. Und ich gehe down. Ja, lag bin ich schlecht. Minus 1. Schlechtester Spieler. Ja, gut. Kann man nicht irgendwie durch die Plattform troppen? Irgendwie kommt man es doch. Bam! Ah, fucking hell! Shut down! Ja, lag ist der Guder unten. Oh, jetzt hat sie uns weggehauen. Also, es gibt auf jeden Fall einen Double Jump, mit dem man sich retten kann. Und es gibt so einen Dodge. Da muss ich jetzt gerade nochmal rausfinden. Wo war denn der? Ich glaube, das ist der komische. Ja, genau. Boah, jetzt hat sie eine Waffe. Go away! Oh, die haben wir erwischt. Komm, da kommen sie nochmal. Go away! Oh, fuck! Nicht wir! Ah, jetzt habe ich gedacht, der fällt da runter. Wir haben unsere Waffe verloren. Schnell! Oh, da haben wir das Schwert. Das ist so geil, Alter. Das ist wirklich wie Smash Brothers. Nur, ich weiß nicht. Ich finde es sogar noch irgendwie lustiger als Smash Brothers. Bei Smash Brothers geht es mir so auf die Eier, dass die Charaktere halt alle so Nintendo-Pussy sind. Und hier hat man wirklich die Möglichkeit, einen geilen Ninja zu zocken oder... Ich weiß auch nicht, was es hier halt alles gibt. Einen geilen Pirat und lauter so Crap. Oh nein, ist Zeit abgelaufen? Ja, immerhin Dritter. Eine Score von 0. K.O. ist 2, Fails 4. Ne, Force. Okay. Kann ich einfach weitermachen? Mit den Leuten? GG me. Wie jetzt? Ach, Searching for Players. Okay. Das ist jetzt nur so ein Rumpimmel-Action-Dings hier. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Da kommt man in so eine Vor-Lobby, wo man erst noch ein bisschen rumfetzen kann. Wie? Wie, nur eine Plattform? Obwohl die geile Map, die kenne ich noch gar nicht. Woo! Oh nein! Oh Gott. Es ist so eine Balance. Man muss immer eine Balance finden. Zwischen langen Attacken und kurzen Attacken. Die langen Attacken geben dem Gegner immer die Möglichkeit, zwischenzuschlagen. Aber machen mehr Damage, wenn man trifft. Und die kurzen Attacken, so wie einfach dieser Schlag oder so, die machen natürlich weniger Schaden. Oh, das war halt eine lange Attack von ihm. Aber da haben wir ihn erwischt. Oh, fuck, und dann leckt's. Warum? Woo! Bäm, Alter! Schöne Kombo, aber niemand getroffen. Dieser Abwärts-Helikopter, den liebe ich über alles. Da. Oh, oh, oh. Woo! Nice, da haben wir uns gerettet. Oh, shit! Nein, komm! Komm zurück! Nein! Oh! Teros, da hat er uns getötet. Was für ein Nerd. Komm, wir brauchen eine Waffe. Da ist eine. Ah! Gibt's mir! Oh, fuck, fuck, fuck. Da dräscht er uns schon wieder hier. Der andere, mit seinem Hammer, der versucht hier wieder die harten Attacken zu fahren. Die ganze Zeit. Dieser garstige Stiermann. Geh weg, Stiermann! Woo! Da haben wir ihn weggepäscht. Hahaha! Fuck, da hätte ich eine Attacke nach oben machen sollen. Oh, fuck, ich verliere völlig die Übersicht hier. Go away! Oh! Das war wohl nix, hä? Sailor Moon? Fuck, wir fliegen immer weiter weg hier. Oh, jetzt sind wir mit dem Schwert unterwegs. Und der Teros, da haut er uns wieder weg. Aber wir sind Zweiter momentan. Komm, gib mir eine Weapon. Nice, Speer. Oh, fuck, er hat verhindert. Er verhindert immer noch. Lag ist eher gut. Der Stiermann, von dem müssen wir uns in Acht nehmen. Aufwärtshelikopter. Abwärtshelikopter. Da wollte sie, da wollte sie eine lange Attacke fahren, wie Sailor Moon oder was auch immer das hier für ein blauer Legend of Korra Charakter sein soll. Oh, shit. Den haben wir weggepäscht. Komm, verpiss dich. Nice. Jetzt hat sie den Kill. Shit. Da hat sie uns genudelt. Ah, ich bin gerade gespawnt. Bomme. Was bist du? Ich brauche eine Waffe. Oh, da tropft eine Waffe. Wer gedocht? Oh, da liegt der Morgenstern. Den kann man auch werfen. Die mal mit ihrer Lanze. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Leckerl, da geht's ab. Ja, du bist der coole Stiermann. Du tötest zwei auf einmal oder was? Oh, da schießt sie mich noch weg. Oh, das hat, glaube ich, nicht gezählt. Aber sieben Kills. Hattori, hallo. GG, nice. Zweiter. Das Moon Moon. Oh, da gibt's ein Level ab. Wupp, wupp. New Stance unlocked. Was haben wir denn jetzt für eine Stance geunlockt? Das kann man doch hier irgendwo ändern, gell? Das ist nicht Katana, Katana, Katana. Da habe ich auch noch nichts freigeschaltet. Jari, Jari, Jari. Das heißt nicht Speer, das heißt Jari, Jari. Wo ist denn die Stance? Boah, wir können eine andere Farbe nehmen. Boah, das sieht ja mächtig aus. Ne, das sieht nicht so schön aus. Sollen wir mal zu grün-golden unterwegs sein? Ready for battle. Ping, ping, ping. Okay. Das war eine kurze Battle. Oh, jetzt ist da aber auch noch eine rote Hattori. Hoffentlich kommt ihr da nicht durcheinander. Ich finde es eh schon relativ schwer zu zuschauen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst ich verliere ja manchmal den Überblick. Boah, Hattori gegen Hattori. Nein, ich mache die lange Tage. Ich nerd. Boah, ich habe es ja mischt. Uh, und jetzt Achtung. Abwärtshelikopter, gefolgt von Speer-Kombo, gefolgt von Aufwärtshelikopter. Oh, nee, wo bin ich? Kamera, geh hoch. Das macht nur... Die andere Hattori, jetzt geht sie da runter. Was macht sie denn da? Oh, Oleg, Oleg, er trischt mich. Komm jetzt her. Komm. Ey, die andere Hattori, die haut ständig ab von mir. Nein, nein, nein. Oh, da gehen wir schon down. Das ist natürlich nicht optimal. Da haben wir das Schwert. Go away, Hattori. Oh. Uh, da haben wir sie erwischt, ja? Oh, die ist schon down, oder? In dem roten Bereich. Ja, um zu der Erse. Oh, scheiße. Oben rechts habt ihr das Leben, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich es extra erklären muss. Ich denke, ihr seht es auch. Und je nachdem, ob ein Spieler im roten, gelben oder grünen Bereich ist, fliegt er weiter weg, wenn er gedamaged wird. Das heißt, wir sind jetzt im gelben Bereich. So langsam wird es gefährlich. Und die Schläge der anderen werfen uns weiter weg. Alter, der ist einfach so gut, dieser fucking Speermann. Was hat sie jetzt? Hat sie sich rumgebracht? Jetzt will ich den Morgenstern nehmen. Ah, nicht glanzen, Mann. Go away. Wir haben keine Waffe. Oh, da sind wir down. Oh, das ist gar nicht unsere Runde hier, glaube ich mal. Die andere Hattori hat schon vier Tote. Morgenstern. Oh, voll in seinen langen Angriff reingelaufen. Aber von hinten. Gekontert. Komm. Du Bagel, dich krieg mal. Fuck, jetzt kommt sie mit dem Speer. Ah. Oh. Oh, das war nicht ich zum Glück. Ja, aber da haben wir ihn erwischt. Komm her, Rode Hattori. Oh, da hat sie mich. Oh. Abwehrzertfucker kannst blocken. Hey, Lila. Hey. Hey. Hey, ich habe gedocht. Soll der Bullshit. Okay, immerhin minus eins. Nicht so schlecht wie die andere. Speer. Neum. Und aufhers Speer. Nice. Da kommt sie nämlich gerade oben runter. Fuck, aber der andere. Diese Lanzenhelden. Die finde ich am allerschlimmsten, Mann. Die sind so gefährlich. Sie verfolgen die Arten. Shit. Der Ander ist dominating, hä? Oh je. Das war nicht unsere Runde. Immerhin dritter. Anderer hat minus sieben. Damn it. God damn it. Scheiß auf die Missions. Ich würde ja echt, ich würde euch gerne einen anderen Held zeigen. Aber mit den anderen, ich bin so Loser-mäßig unterwegs. Da geht gar nichts. Hitori kann ich wenigstens ein bisschen. Von daher bleiben wir einfach bei ihr. Und wie gesagt, es ist Free-to-Play. Ihr könnt es euch einfach runterladen. Ich glaube, am Anfang hat man, ich weiß nicht, fünf oder sechs Helden als Standard. Einfach freigeschalten. Wow, wow, wow. Das geht immer so schnell. Oh nein. Oh Gott, der Piraten-Wichser ist dabei. Thatch. Der ist so scheiße gefährlich mit seinen, ähm, mit seinen Pistolen, die er irgendwann kriegt. Hey, wir grabben uns immer die erste Baffe. Wow, wow, wow. Morgenstern. Kann ich ihn nicht nehmen? Ja, er hat Pistolen. Go away. Ah. Fuck you. Pistolen, Nerd. Ich hasse dich so. Geh sterben. Oh, wir haben einen anderen Hust. Wir müssen weg von dem Pirat. Wir müssen da weg. Wir gehen zu ihm hier. Wir werden mal die Waffe. Wo war das? Da. Wir wollen unseren Speer machen. Aufwärtshelikopter. Nice. Und einen Abwärtshelikopter haben wir auch gleich noch. Wo bin ich? Oh, Thatch hat uns getötet? Fucking hell. Als ich in der Luft war, oder was? Ey, bro. Ich gebe mir erstmal eine Waffe. Fuck, wie wir aneinander vorbeischlagen. Beides Noobs, hä? Miu. Oh. Ist er gut gerettet? Oh. Aber wir haben ihn gejagt. Und. Ah, scheiße. Oh, goddammit. Lass uns doch mal wieder landen hier. Oh, shit. Fuck, alter. Puh. Also, manchmal schmeißt er einen ganz schön weg hier. Jetzt hat er den Morgenstern. Was macht er damit? Er werft ihn. Wir kämpfen uns einmal quer durch die Pude. Wir treffen niemanden und niemand trifft uns. Au. Wie stehen wir denn da eigentlich? Eins. Aber wir sind im orangenen Bereich. Oh. Vielleicht schleudert er uns wieder, weiß Gott, wo hin. Lanzenfuzzi. Go away. Fat. Nice. Wir greifen nun Fat von unten an. Heißt nicht Fat. Aber Fetch. Oder irgendein Scheiß-Name, den kein Mensch aussprechen kann. Lanzenfuzzi. Komm schon. Oh. Oh. So, gesehen, wie der wegschleudert hat. Oh, da will uns, dass die, dass wir rot sind. Die sehen jetzt alle, dass wir rot sind. Und dann kommen sie. Miu. Ist das für ein Horn? Geh mir da Horn. Andere Waffe. Woo. Den haben wir weggeschleudert. Oh, fuck. Jetzt sind wir gleich fällig. Wir sind so rot. Und der Pirat ist aber auch rot. Vielleicht kriegen wir ihn doch. Yeah. Da haben wir ihn erwischt. Ha, ha, ha. Woo. Going down, you son of a pirate. Und da sind wir zwei. Oh. Fuck, ja. Das war's. Double-Kio auch noch. Dieser Pirat. Der ist so mächtig. Da waren wir zu lange im roten Bereich einfach. Das kann man nicht überleben. Auf Dauer. Mua. Hü. Geh weg. Wer ist eigentlich jetzt im runden Bereich? Der Lanzenfuzzi. Nein. Komm, ich will ihn. Ja, wo ist er? Wo bin ich? Nein, jetzt hat der Pirat... Nee, der andere Queen May hat ihn gekriegt. Queen May, nicht May. Okay, wer ist jetzt? Jetzt ist Queen im roten Bereich. Oh fuck, es war zu knapp. Da hat der Fetchy ihn auch wieder. Ey, der hat zehn. Guckt euch den mal an. Den Knödel. Oh fuck. Boah, da haben wir uns gut gerettet, ey. Langsam kommen wir da rein. Lanzenknödel. Go away. Ah. Okay, immerhin Zweiter. Der Fetch. Vor dem habe ich echt am meisten Angst vor dem Hilt. Die anderen klatschen nur. Wäääh. 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 Gut. Ich würde sagen, es gibt euch einen ganz guten Eindruck in das Game. Und wir hatten einen gemütlichen Gammelssonntag. Man kann das hier auch lokal spielen. Offline. Wenn man vier Controller an den PC hängt. Zum Beispiel die Xbox Wireless Dinger oder so. Kein Problem. Singleplayer kann man auch durchzocken. Das hier hatten wir im 24 Stunden Livestream immer. Quasi. Custom Online. Da können dann die Leute joinen. Da sieht man dann einfach so ein Code. Seht ihr? Room. Europa. Hashtag 68451. Den Code kann man dann eingeben. Und dann kann man speziellen Spielen beitreten. Also wenn ihr es mit Freunden spielen wollt oder so. Oder im Livestream. Ist echt lustig. Und Ranked gibt es natürlich auch noch. Eins gegen eins oder zwei gegen zwei. Und das geht richtig ab. Also ich habe mir Videos angeschaut. Tutorials und Guides. Wie man Hattori spielt. Die Leute sind verrückt. Wie die das profimäßig spielen können. Das ist mir ein Rätsel. Aber na gut. Meine lieben Freunde. Wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Ich hoffe, der Gammelssonntag hat euch gefallen. Falls ja. Denkt bitte dran, das Video positiv zu bewerten. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Moony und ich bin raus. Ciao, ciao.